Hallo vom Frankfurter Bahnhof. Ich möchte euch recht herzlich einladen zu einem Ask Me Anything des Bundesvorstandes der Piratenpartei. Sonntag 20 Uhr auf dem Discord-Server. Den Link zum Discord-Server findet ihr unten in der Videobeschreibung, im Tweet oder bei Instagram unten im Text. Stellt alle Fragen rund um die Piratenpartei. Politik, Artikel 13, Europawahlkampf und so weiter. Und ich hoffe, wir vom Bundesvorstand können das gut genug beantworten. Ja, vielen Dank. Er ist mich eingeladen.